Aber ist das meine Hauss-Map? Das klingt... Achso, das klingt ja ok. Zum Abschluss nochmal. Weißt du, das Beste kam zum Schluss. Wie gesagt, ich hab von Gold 2 auf Silver 3-Runner gespielt. Ne, ich hab das bei Rico. Da hab ich das auch oft mitbekommen. In der Bronze Elo. Da hast du Leute ins Team bekommen. Katastrophe. Weißt du, im Gegner-Team hast du die ganze Radiant Smurfs, Alter. Alle Top-Inon-Hunter. Alle drinne. Ich hab dich gekauft, ich hab da kackt. Ich bin raus. Und ich bin aufgedeckt. Ich renne mal. Wow. China Heaven. Ich hab gehört, als Jetwoll ich hinten bleiben. Danke, dass wir mit rauskommen. So, ich hab nix gesehen, war full-plained. Ich mein ja auch, ne? Ich hab nichts gesehen. Achso, perfekt. Oh, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ne, ich hab ein Kill gemacht, ok. Ne. China Heaven. Eeeewwww. I-e ej Yo... Eeeewww. Oh, ne, eeh, einer kommt hier unten, ich retten nur n't. 48, 59... YouTuber Geist! I don't look more threat. U работы wore our throw- already. Oh my、、 Eko kanst mir da normal Pistol draufsschießen! professionelles gameplay die dir mal zu nichts anderes rechts obendrauf 30 sekunden und rechts machen wird rechts unten ich weiß entspannen dich sorry das geht schon los jetzt wahrscheinlich irgendwo haben wir die umgerannt das geht doch voll es gibt hässlichere es gibt auch deutlich bessere jetzt beschwert er sich auch noch auf jetzt habe ich nicht aufgebaut man ja schon wieder machen könnten zettel oder robes an verwandung falls du jemals die chance auf den east hast macht ja warum ich gerade die kids gebracht habe ja wo soll ich das wissen weil ich gesagt habe du musst es ein paar mal sagen ich höre nicht mehr so gut und gleich die reine reko was mit gibt mit einem fernstil ich habe keine phantom ich stecke auf und für ein bisschen was wir gehen mit der anderen er ist nicht wieder hier da ist reiner reiner ist ok ich sehe nichts du musst zu low sein komm her ich face meine vier meine fresse Was?! Ey, wie lächerlich! Nein, Rainer muss keine Kills machen, die muss doch ein bisschen Damage reichen. Oh, was kann das Bock? Er schreckt sich von der eigenen Fähigkeit. Kann nicht wahr. Zeig doch die Slow. Jetzt geht's ab, ich sag's hier. Tschüss. Ah, nein, hast ja richtig Mut gemacht, ne? Oh, guck mal, der Vandal. Ich brauch Farus, hallo. Schön für dich. So, ob ich jetzt kaufe. Du bist quasi. Danke. Ich hab's angefangen. Danke. Weil Mitte ist halt 5.000 da kauft nicht. Ja, wenigstens einer der sozial ist. Ja. Wir sind doch. Oh, links oben, links oben, links oben. Aber was, du hast einen Paycall. Was macht ihr denn da? Das tut mir leid. Alter, hat er dich verkauft? Alter. Alter. Das ist ja schon mal zu try, nimmst. Oh, der oben, links. Und ich guck mal oben. Okay, okay, okay. Ist hier. Das tut mir leid. Fuck. Ja, scheiße. Einfach verkauft worden. Vom eigenen Mädel. Oben, links, oben, links. Und im Wohnen muss ich Bomi nix machen, Alter. Wahnsinn. Eigentlich holen wir extra noch Reina. Die Rüsen eher holen. Von hinten alle ficken. Nee, unsere Team macht nix. Drei, zwei, eins. Werf sie halt ab. Werf hier deinen komischen Ball aus Knete gegen den Kopf. Wie geil. Aaron, du hast den Spike liegen lassen. Wir haben da so einen Centill, der sowieso keine killt macht. Der kann nicht mehr holen. Echt? Ello, war rechts? Ah, ne. Links. Wuh. Alter. Also, ich wurde jetzt von Omen zweimal verkauft von Pascal Eimer. Das sind drei Runden, die wir geworfen haben. Aber wie der Omen sich gerade verkauft? Ja, das ist ja egal. Mit dem Bot gerade. Ach, scheiße. Du, das gibt mich die ganze Runde schon. Oh Mann, Alter. Willst du darüber nachden? 89. Ohm. Auf wehe? Omen. Ja, du machst das. Help. Hallo. 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 Ja, ich mach das alleine hier. Du bist Chamber. Du kannst das alleine. Wo ist deine Trap? Hab ich vergessen. Kommt jetzt. Ja. Oh, bitte. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 74. 74. Okay. Oder so. Ey, immer dieses im fucking Laufen, ne. Ich brauch Fans. Hallo. Dankeschön. Ja. Ja. Ja, das ist ja gut Spaß. Lege ich hier keine Skins von dir sehe, bekommst du gar nichts von mir. Ja, ne, das merke ich mir für später, ja. Ja? Du hast mit dem Bullshit angefangen. Komm her. Also, also die nächsten fünf Minuten hab ich dich noch auf dem Schirm. Dann nicht mehr. Fünf Minuten. Da bist du optimistisch. Lass mal weg hier. Wer blockiert mich denn da? Ich glaube da sind so, ja, die chinesische Armee oder so ist da in der Mitte. I don't know. Ich guck da hin. Okay, perfekt. Weil vom Winkel her hältst du mich nicht. Ja. Funktioniert so nicht, Rico. Starker Roboter. Nein, hast du das gemacht? Ein Feini. Ich brauche einen Drop. Vielen Dank, vielen Dank. Los, die Plätze gehen. Junge, einfach aufgegeben bei den Operator-Skills. Ja, nur da. Oh nein, der Jame ist zufällig. Aber was werden wir für's tun? Das ist bei den Corden. Hehehe. Hehehehe. Jaja. Hehehe. Hehehe. Hehehehe. Hehehehehe. Hehehe. Hehehehehe. Hehehehe. Bis zum nächsten Mal.